Musik Spiel damals drei enge Sätze und am Ende Fehler von Mühlhäuser Den ersten Nutztergleich Da war noch nicht viel zu holen für die jungen Franzosen hier Nicht gewinnen können Sehr guter erster Ball von Bär 3 zu 1 ist eine Führung Längere Ballwechsel zwischen den beiden Da trifft Patrick Baum den Start erst mal Wenn er am Ende den dritten Satz für sich entscheiden kann Hochinteressante Partie Auf alle Fälle Mal sehen wer das erste Break schafft Und auch den Ball dieser Phase spielt Wenn zu Ende spielen Und diesen dritten Durchgang für eine couragierte Leistung Und der Der Satz am Ende zu gewinnen Und das Noch hat Sehr sehr Und hier hat er jetzt oder ob der Franzose hier das Break schafft Und er belohnt sich Irwin Bertrand Klasse Leistung Allein Wir sind das